Ähm... Hi! Wow, der ist geflogen, Alter! Was? Wo? Oh, hätten wir den! In your face, bitch! So! Äh, war da noch irgendwas drin? Ja! Wow, dreißig Patronen, Alter! Was? Wie krank, Alter! What the fuck? Hi! So! Oh Gott, ich überziehe schon wieder! Egal, ich nehme das jetzt in einem Durchau, fertig! So, hätten wir das! Ja, doch! Ich nehme das jetzt in einem Durchau, fertig! Okay! All right! There's something behind these cobwebs! Intriguing! Is that a sign? The grate is rusted and poorly attached! Na, wollen wir mal! Ja, komm! Give me a hand here, Artie! Ja, komm! One, two... Ah! Continue burning it, Artie! Der weiße, weil er selber kein Feuerzeug hat und das selber nicht machen kann, alles klar! Look! Water! We're almost there! Pretty close! Hey, ich... Bleib mal hinter ihm! Hm, siehst du das hier? Ja, er hat ein Feuerzeug! Aber er kann es selber nicht machen, weißt du? It is a strange place! You can pick it up! It's for you! Vor allem, seine Mutter ist ja tot! Eigentlich! Glaube ich zumindest! Can't stay here for me! We have to enter the water! Oh, what? What the fuck? Okay, das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. As Eis... ... Das sind ... Ja, das last ... ... ... ... ... ... Ich bin der Dark One, und der Wasser wird dich zu ihm bringen! Guck mal, da bin ich. Warte, kann ich da nicht selber? Hä? Ja, komm, wir weg deinen Arsch. Ich bin in ihm drin. Hä? Achso. Könntest du mal bitte deinen Arsch bewegen? Danke. Ich bin. 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 Ich kann nicht treffen, Alter. Ist das jetzt dein Herz? Jetzt reicht's mir, Alter. Nummer 1. So, jetzt wird's nämlich lustig. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 4. Alter, fahr weiter. Ja? Was? Hier war doch irgendwas. Ah, da. Habe ich den nicht getroffen? What the fuck? Na ja, na ja. Hey, Tobi. What the fuck? Ich kann's sagen. Am Arsch, mein Freund. Na ja, naja. Oh. 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 So, halten wir das. Händen ihn. Händen ihn. Was ist das? Jo, nice. Deswegen ist es gut, immer einen Sniper mitzuhaben. Oh, dieses Piepen, Alter. Mom? Mama? Mama? Artyom, darling, du bist so großartig. Mom? I'm scared. Don't be afraid. There is nothing to be afraid of, Mama. Don't leave, Mom. I'm all alone now. You're not alone. You're the first. We remembered you and were waiting. We could remember all the thoughts of our race. And you killed everyone. And now I'm alone. No, you're not alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. I will protect him. Khan says, we'll be able to use him to stop the war. Yes, he can make miracles happen. But I don't want to use him. His war was over, when I targeted the missiles at his home. Yeah. His family. But I would say, we'll do it next time. And I would say, we'll end the episode here. And I would just say, we'll see you next time. Bye. Bye. Bye.